Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir sind am kommenden Sonntag, den 26. September, wieder alle gefragt. Dieses Mal sogar zweifach. Wir können selber entscheiden, wie es in unserem Osterbrück im Besonderen und in Deutschland im Allgemeinen weitergeht. Wir wählen direkt und aktiv unsere zukünftige Oberbürgermeisterin und den kommenden Bundestag, die über unsere gemeinsame Zukunft in diesem wundervollen Land entscheiden. Unsere Demokratie lebt durch die Partizipation ihrer Bürgerinnen und Mitbürger. Demokratisch mitbestimmen kann nur, wer auch mitbestimmt und zur Wahl geht. Je mehr Menschen wählen, desto schwächer werden die Extreme und desto stärker wird unser demokratisches Miteinander. Deswegen mein Aufruf. Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Ob am kommenden Sonntag an der Wahlurne oder vorher schon im Wahlbüro an der Sedanstraße. Gehen Sie wählen!